einen wunderschönen guten ich höre keine musik warum höre ich keine musik mensch ja jetzt so gut jetzt können wir einen wunderschönen hallo und willkommen zurück zu einer weiteren folge wie du bist infinity doch doch infinity evolved so jetzt habe ich es wieder ich muss mich auch erst wieder an den namen gewöhnen und mit dabei ist ja so ein bisschen passiert ja so schmelze steht liebe doch hat die fertig gemacht nach nach meinem fail den ich da gemacht habe ich brauche mal mit der kohle ja wenn er eine partbilder reinschaust mit den schon fertigen standplatten ja schon gesehen habe ich schon gesehen ich habe mir das schon angeguckt wollte eigentlich zwei trains machen um wasser und lava da einfließen lassen zu können also solche ja genau die kontrolle bist du bist du bist ein tisch hier genau aus welchen haben wir es doch so zack und zack so zwei stück haben wir da jetzt noch mal gucken also ich brauche noch einmal hast du vielleicht zwei einmal einen gegeben ein und das wäre super oder warte mal ich kann noch einen zweiten machen jawohl war dann noch ein zweiter fertig ja cool alter was denn du hast dich gerade erschrocken ich dachte du wärst gerade auf dem weg siehst du mal ich bin richtig schnell also warte mal einen eimer wasser bräuchte ich musste mir gerade so derben sprache ja lass es besser ich glaubte ganz schön denken was ich machen wollte und tank hat auch schon hingezimmert ist sehr gut ja ja die setze ich warte mal jetzt erstmal da und da wo bist du jetzt hin bist du jetzt da rein aber ja genau da bist du dann aber die muss ich von innen setzen ja das wird doof dass ich die nummer wegnehmen ich höre irgendwo und schleim ja den ein sicher auch auf der meppe das wird ja ich auch ja wir haben ja auch hier wieder eine produktion flieger um die ecke ja schön tv ist wieder das grüßen ja ja ich wollte gerade sagen wo ist denn der seht ihr nicht naja sehr auch egal so da einen hin und da den dann dahin und da kann man hier erst mal die zwei blöcke hinsetzen und ich glaube genau das geht nicht so wie ich mir das gedacht hatte geht es vielleicht so ich weiß nicht wie man da lava und wasser einfüllt oder warte mal nie da braucht man pipes für und tank zum einfüllen weiß ich du kannst auch einfach an so einem smeltwit werden ja ja habe ich habe zwei stück umgedreht guck da sind sie ja dann brauchst du schon pipes ja sonst anders geht es nicht gar haben wir dann irgendwann erwarte mal wir brauchen mindestens einen kreis und hammer weil du kannst ja auch hier den tank auf output setzen dass man den natürlich draufsetzt dachte ich herr näher das ist ja zu viel drin da sind 4000 millibugget drin obwohl da könnte man ein bisschen obsidian machen ja wie viel hast du noch da drin du hast noch ja 3310 gut ein crescent hammer braucht man einmal mit drei eisen und was noch ein zinn ja ja 1 23 und ein zinn du hast ein grindstone habe ich gehört jo dann komme ich doch mal zu dich oder das zeug rein weißt du was wie viel hast du an erzten ich habe jetzt drei eisen ein zinn komm hier hast du schon mal sechs eisen last ja cool ich muss noch ein zinn schmeiß ich rein oder kommt wieder der raucher wusste nach quatsch habe es fertig ja super danke ich habe es mir rausgenommen also ja es war schon fertig okay dann haben wir noch habe ich irgendwo noch kohle ich habe gar keine kohle mehr super kannst du mal vorbeikommen ja schon wieder so hässlich bin ich auch nicht nein darum geht es nicht ja ja komm hier habe ich einen kohle das nehme ich mir jetzt raus völlig da war noch eins ne noch nicht schade ein kohle das da rein warte mal bis das eisen durch geschmolzen ist eigentlich hätte es umgekehrt machen müssen naja egal erst die 2 10 und dann das eisen auch egal ja aller anfang ist schwer also ich möchte auf jeden fall obsidian herstellen und das kann man nicht nur durch geschmolzene subsidien oder sowas sondern das geht auch hier mit einem bucket wasser und einem bucket lava smeltery alloying nennt sich das und ja schauen wir einfach mal so die drei die werden schon mal acquired hardware cool ist ja geil was ich mache gerade mal kurz den aufnahmetest bei mir ich kann jetzt mit 60 fp ohne probleme aufnehmen das ist schnell genug passiert das rein das aus jawohl ist eigentlich passen was not really better than iron was not really iron at all ach so ja bei mir stand not really better than iron bei mir stand not really iron at all das ist auf jeden fall das achievement dass du einfach nur gemacht hast von ic2 okay ach verdammt ich war zu langsam naja so ein crescent hammer genau dann mal den 1 bucket ich weiß noch nicht genau so sagt du kommst mit dann setze ich dich mal da dran und dann einschlag da drauf und es passiert nichts schön muss ich den oben drauf packen ja genau jetzt haben wir da laber drin genau 4000 packen laber so haben wir noch ein bucket wasser drin ja und schon haben wir obsidian geil ja das ist aber doch mal nach nie jetzt dieser braucht gar keine pipes dann brauchst du nur so ein bank sonntag genau warum ist hier eigentlich dann bleibst du ebenso erst einmal naja das passt so dann noch mal in einer rein dann haben wir nämlich ein bisschen mehr obsidian ja genau weiß zwar nicht warum du das jetzt geschrieben hast aber ist egal auch ein bisschen werbung ein bisschen werbung für wen ach da hinten dran ist die chest geil ja ja und den da bräuch ich noch kann ich auch einfach darunter setzen ja so machen wir das mal und dass er sagt sagt so dann das nicht du nicht dabei so und dann hier nach ja aber dass da das da und das da und dann haben wir schön hier reinforce 3 obsidian pickaxe mit einem mining level obsidian und drei modifier drauf durability 71 und meinen speed 3 ja auch nicht mehr auf der bräuchte gemacht oder nein also obsidian ja obsidian pickaxe mit einem level 3 mining speed 7 modifier 3 ja also warum warum ist mein handy jetzt immer laut also ja toll ich finde das handy wirklich genial nicht will ich jetzt nicht sagen okay so ach so warte mal ich brauche noch ein bisschen gold dann mache ich nämlich noch ein paar warte mal wie hast du die cast gemacht die habe ich mal gold gemacht ich habe hier noch ein 29 gold hast okay warte mal ich bin jetzt gerade am gucken wirst du zeigen ich auch heute bekommen haben oder ja 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 denkers wird hergestellt aus aluminium und kupfer können wir eigentlich auch machen das gold aufsparen ich habe hier ein alu ich habe hier kupfer ich habe zinn ich habe silber ich habe eisen led kupfer ich muss ich mal gerade ganz kurz ja ja gut dann machen wir es halt hier mit links nach ein kompression wird nicht ausreichen immer mal ja genau so machen wir das dann die fünf mit und dann haben wir noch die restlichen werkzeuge auch eventuell ein schwert oder sowas oder wenn ich wieder ww ach so warte mal aus einem gold ohr kriege ich nur ne aus zwei gold ohrs ne warte mal wir brauchen ne passt schon ein gold ohr sind zwei bachen ja genau und aus zwei bachen kriege ich einen cast oder genau zwei bachen ein kraft so ok gut dann mache ich noch mal noch ein paar kars und zwar du hast jetzt hier pickaxe hat und binding gemacht dann mache ich gerade noch hatte ich gemacht ja und ingot genau dann mache ich mal hier noch schaufeln und axt vielleicht noch ein schwert ach so ich brauche noch holz warte mal hier so ein bisschen noch was bist denn du für ein baum dschungelwood ganz toll ich will schon wieder mal ein schleim kann natürlich auch sein dass er hier auf dem baum sitzt oder unter mir irgendwo ist mein schleim ach da ist er da ist er doch hallo und tschüss das war die das war die verdammt das war dann auch die ähm axt na komm lass mich hoch apfel noch was bist du mystic grey flower nimm mal mit alles was mystisch ist nimm mal mit so ähm also warte mal gold habe ich jetzt drin ne habe ich nicht achso wie viel kasten brauche ich denn jetzt noch äh warte mal erst mal so zack dann 1 2 3 zack dann das da gut hätten wir mal 24 blank pattern dann stencils so rum dann machen wir mal das da noch haxt soll ich auch gleich hier so ne skites head machen also so ne so ne ähm na für die ho wo so ähm i am matt meinste skites head pattern achso ja ok ja ne ne skites head ja passt so was bist du du bist knife blade ne ich brauche sword genau einmal schwert und dann machen wir erstmal das hier ja dann brauchen wir 4 stück also ach ne doch 4 gold ja 3 4 so rein mit euch so was haben wir da jetzt noch wir haben jetzt da noch 2 ingots dingens kitchens ähm ne ich weiß nicht mehr so viel zwei ingots obsidian haben wir da noch drin mensch ist doch gar nicht so schwer manchmal aber nur manchmal so du nochmal rein wo sind wir jetzt jetzt haben wir 4 und da ist noch einer drin ok machen wir nochmal holen wir nochmal ein eimer wasser warum renne ich eigentlich nicht mehr so weit ich kann doch hier beim doch start direkt vor der hausse was holen ne jaja 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 so mhm der typ schon wieder ja gott ich habe ihn tank habe ich lege ich da hin und den kressentamer lege ich jetzt erstmal in den tinker table ja jo ich werde bescheiden weiß kann ich mir eh gleich vom eigenen machen so da haben wir 6 ah guck mal hier haben wir schon gold ok dann brauchen wir das gold erstmal achso jetzt brauche ich noch ähm ja dichter ja so ein schaufelkopf dann einmal das da das warte mal warte mal warte ich da erstmal ok dann ein stone axe hat und ein sword blade sehr schön äh kann ich den ne kann ich nicht nein da lege ich den mal da rein stone shard kann man vielleicht mal für später noch gebrauchen gut machen wir erstmal hier zack jetzt bin ich mal gespannt wie tinkers eingestellt ist ach toll ich habe gedacht die 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 stone dinger die verschwinden dann ach ne du kannst ja hier auch aus stone bauen gell hm 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 so dann haben wir noch das cast ah das kann weg so schaufel learning to tinker aha ja ich kann einfach nachschauen ja so und dann den da noch und dann müsste das gold eigentlich da drin ja weg sein genau so dann den weg und den weg so dann mache ich mir erstmal ein schwert ob das jetzt unbedingt aus obsidian sein muss weiß ich jetzt nicht da haben wir noch 6 ingots drin ach komm hier machen wir einfach ach verdammte axt was denn ja ich war gerade am schauen was ich äh wie ich am besten autos melde auf die auf ne axt kriegen würde ja oder wo es da blaze was für ok das ist doof so noch eine schaufel so und die sticks hm die flamme noch drin zwei ingots vier nuggets ja ok ein stick muss ich mir auf jeden fall machen sonst kriege ich die nuggets da nicht raus so zack so jetzt müsste es aber wieder passen ne zwei ingots ja genau und wer sich da jetzt wundert ähm halt ne da kommt es hin die tool god und das pattern das white guard tschuldigung verbrauchen nur 0,5 und dann heißt es dann eben da dass da noch ein paar nuggets und ein paar millibugget drin sind so gut hätte man das schon mal schaufelchen äh ja gut ist jetzt egal achso ne das wollte ich nicht ich wollte schon das schwert haben ähm guten tag und guten tag ja obsidian breitschwert dann schon wieder weg attack 6 ja tschüss ich brauche noch steaks man hat dann auch das ok ist dann gesetzt für den kühlschirm so komm mach mal aus holz esse mal äh ich glaub so und so kann man ne da auch nicht ah siehste so geht es hätten wir das schon mal und dann nochmal das ja super dann haben wir hier komplettes equipment äh obsidian hatchet durability 89 mining speed 7 ja passt alles wunderbar vor allem halt auch das readenforce 3 das gefällt mir richtig gut und das ist ganz einfach ne ohne wirklich großartig ärzte nutzen zu müssen ne jo jo ne hört mir gar nichts mehr das merke ich schon doch doch du hast ein einfaches geld bekommen aus obsidian ohne wirkliche ärzte zu verwenden ja nein das ist doch das ist doch ah man eh was war das ja gar nicht richtig zu achso ja tu doch nicht ich habe immer noch blankpattern einstecken mensch neun neun und einen lava bucket habe ich noch den packe ich mal da rein so ähm die wollte ich eigentlich da reinpacken ne so ja passt doch jetzt habe ich noch achso genau da hätte ich gar nicht so viele drains machen müssen naja kann man vielleicht für später noch gebrauchen gut das war das ähm noch irgendwas was ich jetzt noch gerne auf die schnelle machen würde ich glaube nicht erstmal hier das er hat auch vielleicht noch ein bisschen eisen einschmelzen ähm nehmen wir mal das mit Gold nicht Kupfer kann man mal mitnehmen ähm Silber nicht Zinn brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen das auch nochmal Kupfer werden wir das noch einschmelzen warte mal kann man nicht schon eine Redstone Clock bauen wir haben noch gar keine Hopper und sowas ja ist okay bin ich ja auch weiß ja nicht das Problem ja passt schon ich habe das jetzt erstmal alles in die Schmelze ja geht nicht nicht alles naja egal gut aber ich würde sagen in diesem Sinne ähm vielen Dank fürs Zusehen gehabt euch wohl haut rein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal tschüss 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 tschüss